Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und begrüße euch zu meinem zweiten ausführlichen Eindruck und vor allem auch meinem Unboxing, denn das möchte ich natürlich nicht vergessen, von der Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Meinen ersten Eindruck, ein erstes Hands-on, habe ich euch bereits in der vergangenen Woche gezeigt, nämlich Galaxy Watch 6. Das wäre das Einstiegsmodell. Das hier ist so das klassische Uhrenmodell, was endlich wieder durch Samsung platziert wurde, nämlich die Galaxy Watch 6 Classic. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie in den nächsten Tagen performen wird. Bevor ich aber natürlich auf meinen ausführlichen Test komme, hier erstmal das Unboxing und auch mein zweiter ausführlicher Eindruck. In einem weiteren Video, was in wenigen Minuten auf meinem Kanal folgen wird, werdet ihr aber auch noch die Ersteinrichtung sehen mit einem Google Pixel 7 Pro und vor allem auch einen ersten Kontakt mit der Oberfläche haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Unboxing und meinem zweite Eindruck von der Samsung Galaxy Watch 6 Classic. So, meine Freunde, lasst uns damit anfangen und zwar mit meinem zweiten ausführlichen Eindruck zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Es hat noch nicht mal eine Woche gedauert, bis diese gute Uhr auf meinem Tisch liegt. Vielen Dank dafür an Samsung Deutschland. Das Unpacked-Event, das war vergangenen Mittwoch. Einen ausführlichen ersten Eindruck habe ich euch bereits auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Heute geht es an das Unboxing, an den Blick auf den Lieferumfang, aber natürlich auch meinen zweiten Eindruck, wie sich die Uhr tatsächlich als finale Version anfühlt. Ein ausführlicher Vergleich zur Samsung Galaxy Watch 4 Classic wird natürlich kommen. Ein kleiner Vergleich zur Samsung Galaxy Watch 5, also dem Vorgängerjahr, wird natürlich auch kommen. Und ich würde sagen, lasst uns das gute Stück auspacken. Wir haben natürlich erstmal hier vorne das Produkt an und für sich mit dem Schriftzug und einen ganz kleinen Samsung. Ich bin gespannt, welches Band dabei ist. Das sieht ganz nach einem Sportarmband aus, würde ich sagen. Ich drehe das Ganze mal rum. Ich habe hier das LTE-Modell. Es gibt die Galaxy Watch 6 Classic in zwei Größen. 43 mm, 47 mm beginnen bei 419 Euro für das kleine Modell. Das ist das große Modell mit LTE, kostet 499 Euro. Und ich habe das auch schon im Ersteindruck bestätigt bzw. erwähnt, dass ich diesen Preis für Edelstahl, ganz großes Modell, LTE-Version, durchaus fair finde. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass diese Uhr tatsächlich nur noch mit Android-Smartphones ab Version 10 und höher kompatibel ist. Das heißt, nicht mehr mit einem iPhone, wie noch bei der, ich glaube, Galaxy Watch 4 müsste noch kompatibel gewesen sein. Und auch nicht mit HarmonyOS-Smartphones, wie es die zum Beispiel von Huawei gibt. Okay, lasst uns das Teil auspacken. Hier haben wir die Uhr. Es gibt zwei Farben bei der 43 und bei der 47 mm Variante. Und zwar in Grafit, Schrägstrich Schwarz. Das Modell habe ich augenscheinlich bekommen. Und dann auch noch in Silber. Die habe ich mir noch persönlich und privat bestellt, weil die mir beim Unpacked etwas besser gefallen hat. Hinterlasst mir da auch dazu mal einen Kommentar, ob ihr so einen kleinen Farbvergleich haben möchtet zwischen der schwarzen und auch der silbernen Variante. Ansonsten sind die natürlich komplett identisch. Vorbesteller. Und ich glaube, die Vorbestelleraktion, die läuft immer noch. Die bekommen unter anderem ein Gratis-Armband dazu. Das ist, glaube ich, so ein Stoffarmband, Fabric-Armband, dann nennt sich das Ganze. Plus ungefähr 75 Euro Eintauschprämie, plus ein paar Euro, wenn ihr andere Uhren noch mit eintauschen solltet. Das hier ist das Ladegerät. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist ein Schnellladegerät mit dem Ladecradle. Das heißt, darauf wird die Uhr gelegt, induktiv geladen. Hier haben wir den USB-C-Anschluss. Das war's. Wir haben Garantiekarten dabei, zweimal und wir haben einen Quickstart-Guide. Das war's. Von daher schauen wir uns das Teil mal an. Ich habe hier, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Art Armband das ist. Das fühlt sich oben an wie Leder oder wie ein Lederimitat, wie Kunstleder. Unten fühlt sich das an wie Kautschuk. Das könnte durchaus, jetzt muss ich mal meine schlechten Augen bemühen, das könnte durchaus dieses Hybrid-Lederarmband sein, was Samsung ja auch neuerdings mit anbietet. Ansonsten, wenn wir hier auf der Unterseite sind, haben wir natürlich unter anderem einen Pulssensor. Wir haben die Möglichkeit, Blutzauerstoff zu messen. Wir haben die Möglichkeit, ein EKG zu erstellen. Es gibt im späteren Verlauf des Jahres, zumindest für die Europäische Union, auch die Möglichkeit, Vorhofflimmern von eurem Herzen festzustellen. Es gibt die Möglichkeit, oder vielmehr ist integriert ein 3D-Hall-Sensor, wobei ich danach gefragt habe, was das genau im Detail bedeutet. Es gibt natürlich die Möglichkeit, den Menstruationszyklus bei Frauen bestimmen zu können. Gyroskop haben wir dabei, Barometer, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor. Das heißt, das ist der Sensor für das Display und noch ein Temperatursensor, um auch die Hauttemperatur von eurem Handgelenk ablesen zu können. Auf der Vorderseite haben wir hier ein 1,5 Zoll großes Display. Ich werde die Uhr mal starten. Und zwar mit einer Auflösung von 480x480 Pixel. Ist natürlich ein super AMOLED-Display mit einer Always-On-Display-Funktion. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, dauerhaft auch Inhalte, wie zum Beispiel Nachrichten, die eingehen, aber natürlich auch vor allem die Uhrzeit dauerhaft ablesen zu können. Das etwas kleinere Display ist 1,3 Zoll groß, hat eine etwas geringere Auflösung, aber auch hier komplett identische Daten. Bei dem großen Modell, ein Akku von 425 mAh und Laufzeiten, werden so zwischen 30 Stunden mit Always-On-Display bzw. 40 Stunden mit Always-On-Display angegeben. Ansonsten die Uhr natürlich nach IP68 zertifiziert und nach dem Militärstandard 810H. Das bedeutet 50 Meter bei 10 Minuten für Tauchgänge, 1,5 Meter bei 30 Minuten, wenn ihr irgendwo planschend seid im Kinderpool zum Beispiel. Kann Temperaturbereiche von minus 40 bis 71 Grad Celsius überbrücken bzw. überstehen. 72 Stunden Staubdichtigkeit wird garantiert und ein Widerstand auch gegen mechanische Stöße. Ich habe das jetzt nicht im Detail nachgelesen, was das bedeutet, mechanische Stöße, aber ich gehe mal davon aus, wenn euch das Teil runterfällt, wird das den Innereien hier tatsächlich nichts ausmachen. Hier vorne das Display, 1,5 Zoll groß, hatte ich erwähnt, wird natürlich noch mit Saphir-Glas geschützt. Ihr seht, ich bin im Einrichtungsmodus, aber bevor ich auf die Einrichtung gehe, was ich euch in einem weiteren Video zeigen möchte, möchte ich euch nochmal ganz kurz hier die Funktion zeigen. Der Unterschied zwischen der Galaxy Watch 6, also dem Einstiegsmodell, was es ab 319 Euro gibt, und der Galaxy Watch 6 Classic ist hier endlich wieder die physische, haptische Lünette, die ihr hier drehen könnt. Ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen, die ist kleiner geworden, also dieser Bezel, dieser Rand um die Lünette und die Lünette an und für sich ist kleiner geworden. Die hat wieder so ein sehr, sehr schönes Klickverhalten, also wie eine klassische Uhr im Grunde genommen. Ihr habt einen Button auf der rechten Seite, dort unten findet man ein Mikrofon. Dann haben wir noch eine Seitentaste, auf der anderen Seite sehe ich jetzt erstmal nichts. Ihr habt natürlich auch Lautsprecher dabei. Was hier unten noch zu erwähnen wäre, da auf der Unterseite, ist dieser Schnellverschluss. Das heißt, ihr müsst nicht mehr diesen kleinen Schieber bemühen, um die Uhr einzulegen, sondern ihr drückt diesen Knopf, nehmt das Ganze raus. Jetzt müsst ihr allerdings aufpassen und ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Ich gehe mal näher, 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 näher ran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es ist ein kleiner Knopf, der diese beiden Nippel links und rechts einfährt. Ihr habt nichtsdestotrotz bei der Uhr immer noch diese zwei kleinen Löcher, die auch getroffen werden müssen. Und dieses Einlegen der Uhr, auch wenn es am Anfang etwas einfacher erscheint, ist meiner Meinung nach gar nicht so einfach. Das heißt, den Knopf muss man schon relativ fest durchdrücken. Man muss irgendwie das Band dazwischen bekommen und irgendwann, doch, das war es schon, irgendwann ist auch tatsächlich das Armband eingelegt. Es ist etwas einfacher geworden. Es ist, das muss man aber auch fairerweise sagen, nicht so einfach, wie das bei der Apple Watch vonstatten geht. Damit bin ich durch mit meinem ausführlichen Zweiteindruck. Das Einrichtungsvideo wird auch noch kommen. Das zeige ich euch im Zusammenhang mit einem Google Pixel 7 Pro und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr ein Like und Kommentar hinterlasst, aber wie gewohnt bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!